Pioniergeist Pioniergeist spielt eine entscheidende Rolle für eine erfolgreiche Nachhaltigkeitspolitik. Kreativität und Innovationskraft der Wirtschaft sind wichtige Voraussetzungen. Aber auch die Politik eines Landes muss Mut und Weitsicht beweisen. Costa Rica ist diesbezüglich ein Vorreiter für erfolgsorientierte und innovative Politiken, die sich am Nachhaltigkeitsprinzip orientieren. Das Land hat konkrete Vorteile aus seiner Rolle als Pionier gezogen. Gezielte Investitionen in die Bildung, in großflächige Einrichtungen von Nationalparks, in regenerative Energien und in umweltfreundlichen Tourismus haben Costa Ricas Wirtschaft wachsen lassen. Selbst die Getränkeindustrie des Landes erobert sich mit dem Label Nachhaltig neue Märkte. Darüber hinaus ist Costa Rica mit den sogenannten Payments for Ecosystem Services weltweit zum Vorbild geworden. Das intelligente Zahlungssystem honoriert die nachhaltige Nutzung des Waldes mit Prämien, die aus einem Fonds gezahlt werden, der sich aus einer Abgabe auf fossile Brennstoffe speist. Das System bietet die konkrete Grundlage für eine ressourcenschonende Wirtschaft und zeigt, Wirtschaftswachstum, Umweltschutz und soziale Teilhabe gehen Hand in Hand. Finnland konzentriert seine zentralen Innovationsstrategien und die damit verbundenen Förderprogramme, um der heimischen Wirtschaft Wettbewerbsvorteile beim Umbau hin zu einer Green Economy zu sichern. Was für ein Umfeld begünstigt Innovation für nachhaltige Entwicklung? Wie kann der Sprung von der Innovation zur Umsetzung gelingen? Wie kann der Sprung von der Innovation? Wie kann der Sprung von der procession apply? Vielen Dank.